Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Frank Dressel und ich begrüße Sie recht herzlich zum neuen Audiotraining mit dem Thema die 8 plus 1 erfolgreichsten hypnotischen Sprachmuster. Wenn Sie das Wort Hypnose hören, dann denken Sie wahrscheinlich in erster Linie an die Show-Hypnose. Naja, das ist ja auch das, was das Wort schon sagt, eine Show. Hier sehen wir Menschen auf der Bühne, die in der Hypnose Dinge machen, die wir alle sonst nie, nie, nie machen würden. Wir essen auf einmal eine Zitrone, weil wir glauben, es sei ein Apfel. Wir können auf einmal bestimmte Wörter nicht mehr aussprechen und halten wildfremde Menschen für unsere Brüder und Schwestern. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde mich selber in einem Video so sehen, peinlich, peinlich, peinlich. Nein, darum geht es jetzt sicherlich nicht, aber trotzdem sind wir jeden Tag mit diesen Sprachmustern konfrontiert und dies nicht nur in der Werbung, sondern auch im Beruf, im Privatleben, faktisch überall. Ganz egal, ob Sie auf der Arbeit eine Besprechung leiten, eine Präsentation vor Publikum durchführen oder sich mit Freunden abstimmen müssen. Die von Ihnen ausgelöste Wirkung hängt zu einem wesentlichen Anteil von Ihren Sprachmustern ab. Und genau aus diesem Grund wird Ihnen das Training auf eindrückliche und leicht verständliche Weise aufzeigen, wie hypnotische Sprachmuster grundsätzlich funktionieren, wie sie auf unser Nervensystem wirken, wie wir sie einsetzen und uns damit natürlich auch dann davor schützen können, wenn sie gegen uns eingesetzt werden. Ich werde Ihnen heute die 8 plus 1 wichtigsten Muster vorstellen. Warum plus 1? Na ja, wenn Sie fleißig sind und mitmachen, ja dann belohne ich Sie zum Schluss mit einem Bonus. Kennen Sie doch. Kaufe 8, bekomme 1 geschenkt. Aber im Ernst, ich habe für Sie heute die 8 Sprachmuster zusammengestellt, die Sie schnell und einfach in Ihren täglichen Sprachgebrauch integrieren können. Gerade im Verkauf hängen überdurchschnittliche Erfolge stark von unseren kommunikativen Fähigkeiten ab, wobei der überwiegende Teil dieser Kommunikation unbewusst abläuft. Heute lernen Sie, wie Sie sich diesen Sachverhalt durch suggestive Sprachmuster zunutze machen und sich gleichzeitig vor gewollter und ungewollter Manipulation schützen. Jetzt profitieren aber nicht nur Verkäufer von diesem Training. Jeder tut es. Sie werden mit der Anwendung der Sprachmuster mehr Einfluss auf Ihre Umwelt haben und genauso werden Sie jetzt öfters erkennen, wenn die Umwelt versucht, damit Einfluss auf Sie zu haben. Wenn Sie das heutige Training richtig verinnerlichen und durcharbeiten, Tipps dazu, wie es am besten geht, das kommt noch, dann wird sich einiges positiv bei Ihnen verändern. Also wenn ich so an die Ergebnisse denke, die Sie damit sehr wahrscheinlich erreichen werden, dann ist das schon ganz schön spannend. Ich verspreche Ihnen nicht, dass allein durch das Einmalgehören der Aufnahme sich die Welt verändert. Ich verspreche Ihnen aber, dass wenn Sie mit Engagement an den Zielen arbeiten, die Sie erreichen wollen, dieses Material Ihnen helfen wird, diese Ziele noch viel, viel schneller zu erreichen. Wer mich aus meinen Seminaren und Trainings kennt, der weiß, dass ich alle Veranstaltungen mit einem Hinweis beginne. Jetzt möchte ich natürlich nicht haben, dass Sie sagen, Hey, Dressel, heute hast du deinen Hinweis aber vergessen. Also, deshalb kommt er jetzt. Sie investieren Zeit in das Hörende Aufnahme. Zeit ist Geld. Damit Sie den größtmöglichen Nutzen aus dieser Investition ziehen, bedenken Sie bitte Folgendes. Untersuchungen haben gezeigt, dass wenn Sie das Band nur hören und ich frage Sie vier Wochen später, Sag mal, was war denn der Inhalt von diesem Audiotraining damals mit dem Dressel? Ja, dann werden Sie nur maximal 10% genau von diesem Inhalt behalten haben. Sollten Sie parallel dazu mitschreiben, verwandeln sich diese 10% in sage und schreibe 40% und mehr. Ja, das Erstaunliche ist, dies funktioniert auch, wenn Sie sich die Aufzeichnungen nie mehr wieder durchlesen danach. Das ist doch verrückt, oder? Allein der versteckte Einsatz des Körpers bewirkt die tiefere Verankerung der Informationen in unserem Gedächtnis. Also wenn ich selber auf Seminaren als Teilnehmer mitmache, dann schreibe ich seitenweise mit, wenn es das Thema natürlich hergibt. Ich weiß nämlich ganz genau, dass ich einen doch relativ großen Teil des Lernvorganges schon absolviert habe. Aber es gibt noch eine dritte Stufe. Setzen Sie Ihren Körper noch stärker ein, das heißt, Sie ergänzen Ihren Text durch eigene Überlegungen und Ideen und notieren sich dazu Ziele, wann und wie Sie das Gehörte in der Praxis anwenden, oder, oder, oder. Ja, dann verwandeln sich die 40% in 90% und mehr. Ja, 90%. Also, ich möchte Sie dazu motivieren, dass Sie aktiv mit dem Audiotraining umgehen. Hören Sie sich das Audiotraining als erstes Mal komplett an. So haben Sie eine erste Übersicht über das komplette Thema. Beim zweiten Hören machen Sie am besten nach jedem Sprachmuster eine kurze Pause und notieren sich das Sprachmuster. Und wenn Sie sich jetzt gleich dazu Gedanken machen, in welchem Kontext Sie es einsetzen werden und Ihre eigenen Worte dazu aufschreiben, dann sind Sie schon einen Riesenschritt im Selbstbehalt weiter. Man nennt dies assoziatives Lernen und dies ist auch die effektivste Form des Lernens. Sollten Sie das Training gerade im Auto hören, kein Problem, wir sind beim Schritt 1 und die weiteren Schritte folgen halt zu Hause. Wiederholung ist die Mutter alles Lernens. Okay, somit ein paar Tipps zum Thema Lernen. Kommen wir aber jetzt zur Hypnose. Ich bin ja der Meinung, dass viel von dem, was da draußen in der Welt geschieht, letztendlich eine Form von Hypnose ist. Wir alle kennen hypnotische Zustände aus dem Alltag? Nein? Doch, tun wir. Ich gebe Ihnen dazu mal ein Beispiel. Denken Sie mal an eine lange Fahrt auf der Autobahn. Sie fahren und fahren und fahren, sind aber gedanklich. Bei Ihrem letzten Termin, beim letzten schönen Abendessen, das Sie mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin erlebt haben, oder Sie gehen schon einmal die anstehende Präsentation durch, denken darüber nach, was Sie erwarten wird und, 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 und. Steuern tut in diesem Moment Ihr Unterbewusstsein. Es kann sein, dass Sie am Ziel angekommen sind und völlig überrascht sind, warum Sie denn überhaupt schon da sind. Innerlich denken Sie, Mensch, das ging aber schnell heute. Ich selbst bin eine Zeit lang wöchentlich zwischen München und Frankfurt gependelt. Bedeutet, jeden Freitag, wenn es gut geht, vier, meistens fünf, manchmal sechs Stunden auf der Autobahn. Ich habe diese Zeit sehr aktiv genutzt, um zum Beispiel neue Trainingskonzepte geistig durchzugehen und diese regelrecht auszuprobieren. Es kam vor, dass ich vier, fünf Stunden in Gedanken vor der Gruppe stand und in München angekommen bin, nur noch Schreiber und Papier brauchte, um das Ganze schriftlich festzuhalten. Mein Unterbewusstsein ist gefahren. Nicht ich. Ich war vor der Gruppe. Sollten wir auch NLPler als Zuhörer haben, also Menschen, die sich mit dem sogenannten neurolinguistischen Programmieren beschäftigen, wissen diese sicherlich jetzt schon, wie machtvoll hypnotische Sprachmuster durchaus sein können. Als quasi Mentor für unser Thema heute muss ich zwingend einen Namen erwähnen, und zwar das ist Milton Erickson. Er gehörte, leider muss ich hier die Vergangenheitsform verwenden, also er gehörte zu den ja wirklich brillantesten und erfolgreichsten sogenannten Hypnotherapeuten. Er war ein Sprachmagier. Zu ihm kamen Menschen, in denen in vielen Therapiesitzungen nicht geholfen werden konnte. Ein, zwei Sitzungen bei Milton Erickson, die Sache war erledigt. Problem gelöst. Seine Sprachmuster sind unter dem Begriff des sogenannten Milton-Modell in die Fachliteratur eingegangen und sind heute fester Bestandteil jeglicher NLP-Ausbildung. Also ihm haben wir das ganze Know-how zu verdanken. Und gerade im Verkauf werden hypnotische Sprachmuster oft und gerne eingesetzt, um Reaktionen beim Kunden auszulösen. Sie werden heute in dem Zusammenhang Muster kennenlernen, wie zum Beispiel den eingebetteten Befehl, die eingebetteten Zitate oder aber auch die sogenannten konversationellen Postulate. Ich weiß, schwieriges Wort. Die haben alle was gemeinsam. Durch ihr indirektes Vorgehen erreichen sie, dass das Unterbewusstsein ihres Gegenübers reagiert, ohne dass der bewusste Verstand registriert, was vor sich geht. Das hört sich ziemlich nach Manipulation an, stimmt's? Aus diesem Grunde möchte ich jetzt schon mal ein paar Worte verlieren zu dem Thema der Ethik. Wann sind meiner Meinung nach diese Sprachmuster vertretbar und wann nicht? Um es klar zu sagen, für meine Begriffe sind hypnotische Sprachmuster nicht vertretbar, wenn der Kunde zum Kauf unnütze oder sogar schädliche Produkte getrieben wird oder aber Produkte verkauft bekommt, die er sich ja absolut nicht leisten kann. Sie kennen doch den Verkäufer, der imstande ist, einem Eskimo einen Kühlschrank zu verkaufen. Okay, lebt der Eskimo in einem beheizten Haus und er möchte nicht die Lebensmittel auf den Balkon legen. Gut, können wir drüber reden. Es muss aber auch Situationen geben, bei denen es vertretbar ist, solche Sprachmuster einzusetzen. Ich kann nur noch mal sagen, Werbung und Verkauf funktioniert ohne hypnotische Sprachmuster überhaupt nicht. Wenn Sie schon ein guter Verkäufer sind, dann haben Sie sicherlich bewusst oder auch unbewusst das Ganze schon eingesetzt. Was bewirken denn diese Sprachmuster überhaupt? Nun, unser Gehirn geht auf eine sogenannte transderivationale Suche. Ich weiß, schwieriges Wort. Transderivationale Suche. Und mit der Suche beginnt eine leichte Trance. Auch bei offenen Augen. Wir haben im Gehirn einen Förtner. Ja, und was machen Förtner? Ja, die passen auf. Er entscheidet, was in das Unterbewusstsein gelangt und was nicht. Dieser innere kritische Filter, so könnte man ihn auch bezeichnen, wird durch die leichte Trance umgangen und das Tor zum Unterbewusstsein wird sperrangelweit geöffnet. Sind Sie damit einverstanden, wenn ich Sie soweit wie möglich vor linguistischen Fachbegriffen verschone und Ihnen einfach für jedes Sprachmuster ein paar Beispiele liefere? Die meisten bedürfen keiner näheren Erläuterung und Sie werden sofort verstehen, um was es geht. So, genug der Vorrede. Sollten Sie jetzt noch kein Papier und Schreiber haben, letzte Gelegenheit, denken Sie an die 40 oder 90% Selbstbehalt. Also, kurz Pause drücken und gleich danach geht es los mit den wichtigsten 8 plus 1 hypnotischen Sprachmuster. Okay? Also, für die, die jetzt Schreiber und Papier nehmen, drücken Sie Pause jetzt. Hier. runners. Okay. Frei. aquí. , Ell. People. They. Untertitelung des ZDF, 2020